Hallo! Wir sitzen hier zusammen und im Moment ist unser Tisch noch recht leer, aber am 24.09. haben wir unseren ersten Schnarrulier-Stammtisch. Und wo? In der Padelle. Und der Donato, der sitzt neben mir, der wird für uns kochen. Wir haben uns nämlich überlegt, mit euch ein Gängemenü zu schnappolieren an jedem Tag. Donato, was gibt es denn leckeres? Also da gibt es eine Auswahl an zwei Vorspeisen. Das ist einmal eine Jakobsmuschel-Garnellespies auf einen Basilikum-Apfelsalat. Und als Fleisch gibt es ein Schackbrett von Pecorino-Käse und Angus, also Rindenfilet, auf eine Rupola-Creme mit Balsamico-Caviar. Als Hauptgericht werden wir dann eine Sperrt-Tisch-Tasche mit Muschel in eine leichte Tomaten-Saube oder ein Rindenfilet in eine Pistazien-Kruste mit Waldfrüchte-Rotwein-Sauce und als Dessert eine Schokoladen-Sauflé mit Blaubeeren-Eis. Und dazu? Und dazu natürlich eine passende Weine. Genau. Also als Vorspeise bei dem Tisch hätten wir an die Pistazien-Garnellespies aufgerichtet und als Dessertwein eine Sibibo aus Sizilien. Also lecker schmecken. Und ich habe gehört, ein Begrüßungs-Vorsetien gibt es auch. Ja, ja. Fendlich. Da machen wir erstmal nochmal ein Stößchen. Salute. Also vielen Dank Donato, dass du uns da als Gäste entlenkst. Und wie gesagt, ihr müsst euch schnell anmelden, denn dank Corona sind die Plätze begrenzt. Was haben wir denn überhaupt gesagt? Drei-Gänge-Menü mit Weinbekleidung. 48 Euro, oder? Ja. Genau. Anmelden, dabei sein, dann lernen wir uns auch endlich mal kennen und haben einen schönen Abend in der Padelli d'Italia in Nürnberg in der Theatergasse 17. Eine traumhafte Location für den Start für unseren Schnabolier-Stammtisch. Wir freuen uns auf euch. Meldet euch an. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Ciao. 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 Ciao.